Herzlich Willkommen, Grundlös Gründe. Sie sind genau dann richtig, wenn Sie möchten, dass Ihr Leben das Beste wird, das es sein kann. Das ist nämlich unser Ziel, dass Sie in diesem Format mehr über Ihr Leben erfahren und wie Sie der Beste werden, der Sie sein können. Diesmal geht es, ja richtig, wir haben die Handball-Weltmeisterschaft, um den Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen. Ob ich Sieger bin im Wettkampf oder ob ich im Leben ein Gewinner bin. Herzlich Willkommen zu Grundlös Gründe. Wer liebt es nicht? Sport, Handball-Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft, Skispringen. Skispringen, ich war mal Skispringer, ich gucke immer Skispringen sehr gerne an. Dieser Moment, wo Wettkämpfer sich zeigen und am Schluss gibt es einen Sieger, vielleicht einen Zweit- oder Drittplatzierten, doch ganz viele Verlierer. Lassen wir uns ein bisschen darüber nachdenken, über den Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen. Einen Sieger gibt es immer dort, wo ein Wettkampf stattfindet, wo ein Wettbewerb stattfindet. Und die meisten Teilnehmer sind im Grunde Verlierer, weil es kann nur einen Sieger geben. Das macht Sinn. Und dann gibt es einen anderen Zustand, eine mentale Einstellung, die heißt Gewinnen. Natürlich könnte ich sagen, ich muss über jemand anderen gewinnen, aber hier geht es für mich im Kontext eher darum, dass es um den Sieg über uns selbst geht. Also versuchen wir das mal zu differenzieren. Wir haben hier einmal das Thema Siegen. Siegen hat meistens etwas mit einem Wettkampf zu tun. Und natürlich haben wir auch im wirtschaftlichen Kontext da draußen einen Wettbewerb, einen Mitbewerb. Stellen Sie sich vor, die Partnerwahl, auch wer ist besser, wer ist schneller, schöner, toller, klüger oder wie auch immer. Also dieser unbewusste Kampf, dieser Wettbewerb da draußen findet sehr viel statt. Doch wenn wir uns in dem verstricken, in den uns rein projizieren, kommen wir weg von uns selbst. Dass der stattfindet, ist klar. Dass wir dort bestehen müssen, ist klar. Aber ich möchte Ihnen eine andere Alternative geben. Da gibt es das Thema Gewinnen. Da gibt es den Blick auf uns, in uns, in unsere Möglichkeiten. Da gibt es diese Mittigkeit. Aus der heraus können wir natürlich den Wettbewerb nutzen, um uns zu strecken. Aber nicht, um uns über den Sieg über einen anderen zu definieren. Hemingway hat mal gesagt, es hat nichts Edles, sich seinen Mitmenschen überlegen zu fühlen. Denn wahrhaft edel ist, wer sich seinem früheren Ich überlegen fühlt. Wenn wir ihm folgen, geht es darum, dass wir uns erkennen, uns besiegen, unser altes Ich, um uns weiter zu transformieren. Um eventuell da draußen auch zu gewinnen. Also bitte, nehmen Sie den Sieg über sich, die Transformation Ihres Ich, als Ziel da draußen im Wettbewerb. Und nicht die Dominanz über jemanden. Bitte nicht darüber definieren, sonst verlieren Sie sich im Außen. Also, ich bringe es nochmal auf den Punkt. Sie haben zwei Möglichkeiten. Da draußen im Wettbewerb andere zu besiegen. Ja, da bekommen viele Menschen Energie. Ja, viele motivieren sich durch den Sieg. Aber was ist, wenn Sie besiegt haben? Dann kommt die Leere. Oder Sie sagen, ich nehme das Spiel anders. Es geht um den Sieg über mich selbst. Über das Gewinnen, das generelle Gewinnen. Und schauen Sie, was das Schöne ist. Wenn Sie 100 Leute haben und alle wollen siegen, gibt es ein Sieger und 99 Verlierer. Wenn Sie 100 Menschen in einer Firma haben und jeder könnte der Beste werden, der er sein kann, gibt es 100 Gewinner und keinen Verlierer. Und ich glaube, darüber lohnt es sich nachzudenken. Und wenn Sie das interessiert und Sie ein Gewinner Ihres Lebens werden wollen, schauen Sie in unsere Seminare rein. Hier konkret die Seminarreihe Steh auf. Also, das ist die Aufgabe für die nächste Woche. Denken Sie darüber nach, wo Sie ein bisschen mehr Gewinner werden über sich selbst und ein bisschen weniger Sieger über andere. Wo Sie nicht den Sieg, den Vergleich mit anderen haben wollen, um zu dominieren, sondern den Vergleich mit Ihrem früheren Ich und die Motivation noch mehr sich selbst zu erkennen. Damit wir alle die Besten werden, die wir sein können. Denn ich möchte, dass Sie und alle anderen gewinnen und sich nicht als Verlierer führen. Wie immer an dieser Stelle wäre es schön, wenn Sie das Video liken, wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie Kommentare geben, wenn Sie es teilen. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute. Ihr Boris Grundl Ja, Ihriksi, wie natürlich. Und bis zum nächsten Mal.